Die Explosion hatte das Fahrzeug wohl umgeworfen. Und dann haben die Ketten die Oberschenkel erwischt und sicherlich abgequetscht. Weil die Kette noch drauf lag, war er sicherlich noch am Leben. Das Blut konnte nicht weg. Ich hielt die Männer auf und meinte, wenn sie den Wagen anheben, müssen wir schnell die Beine abbinden, sonst verblutet er in Minuten. Er öffnete die Augen und sah uns an. Scheinbar hatte er keine Schmerzen. Ich versuchte kurz zu erklären, was wir vorhatten. Er nickte nur und schloss wieder die Augen. Der Wagen wurde angehoben und wir zogen vorsichtig an dem Offizier, aber irgendwas war wohl verhakt oder hing fest. Ich rief, weiter, weiter, wir müssen ihn da raushaben, sonst ist es vorbei. Ich lag auf dem Bauch neben dem Oberkörper und versuchte zu sehen, warum es nicht weiter ging. Der Stiefel hatte sich verklemmt und wir kamen den nicht frei. Ein Bein war abgetrennt, das andere hing noch an Knochen und Muskelresten. Egal, wir müssen jetzt ziehen, rief ich, auch wenn es das andere Bein kostet. Also zogen wir, aber es klappte nicht. Der Leutnant wurde immer blasser. Das Blut lief aus den Beinwunden heraus. Er öffnete nochmal die Augen und sagte dann mit leiser Stimme, lasst gut sein, das wird nichts mehr. Dann brachen die Augen und er starb im Schmutz einer Lagerhalle unter der Kette eines Schützenpanzerwagens. Etwas später war der Wagen so weit aufgerichtet, dass sie den Leutnant heraus bekamen. Die Bilanz war düster. Drei Panther zerstört, vier SPW im Eimer. Der Rest mit kleineren Schäden aber noch fahrfähig, das muss jetzt die Panzerwerkstatt prüfen. Nach ein paar Stunden hatten wir dann alles so weit, dass wir aufbrechen konnten. Die Verwundeten blieben im Ort und die Toten wurden der Leitstelle übergeben. Sechs Tote und acht Verwundete. So werden wir hier nichts. Gute Männer und wir werden immer weniger. Wir hatten noch maximal zwei Stunden Tageslicht und ich wollte nur weg von hier. Die Kolonne rollte an, ich hatte mir einen LKW geschnappt, Rudolf besetzte einen der Panther und die Fahrzeuge rollten los. Der LKW-Fahrer, ein älterer Soldat, trug einen Kopf verbannt und sah ganz schön mitgenommen aus. Woher kommen sie Soldat, war meine Frage. In der Nähe von Wien habe ich mein Zuhause und das gab er in einem Wiener Schmäh zurück. Na da haben sie es ja nicht mehr weit nach Hause, konterte ich. Das schmeckte dem Mann überhaupt nicht und er grummelte in sich hinein. War nicht so gemeint, sagte ich dann noch hinterher, aber ich glaube ich hatte ihn vergrätzt. Wir hatten ja noch etwas Weg vor uns und ich ließ den Mann erstmal in Ruhe. Wir hatten ja noch etwas Weg vor uns und ich wollte nun doch wissen wo er gewesen ist. Rein im Zögern sagte er dann, dass er unter Rommel in Afrika gekämpft hat. Kratmelder und später als Fahrer eines Spähwagens. Dann haben die mir in der Nähe vom Half-Fire Pass die Kiste unter dem Hintern weggeschossen und mit den Verletzungen reicht es nur für den LKW. Nun sah ich auch, dass an der einen Hand ein paar Finger fehlten und er etwas schief im Sitz saß. Ich fragte dann nur noch, was nach dem Abschuss passiert wäre. Die Tommys haben mich geschnappt und in einem Feldnazarett zusammengeflickt. Nette Burschen, gab viel Tee und was zu rauchen und immer wieder Kekse dazu. Die hören sogar auf mit der Ari zu feuern, wenn da die Tea Time ist. Naja, sagte er, es ging dann weiter, ich war nicht transportfähig und der englische Arzt ließ mich in der Nähe der Front bleiben bis ich stabil war. Aber dann kamen unsere Panzer und machten die ganze englische Front zur Sau und einen Tag später ging es mit meinen Kameraden wieder nach Tunis. Nun waren die Engländer die Gefangenen. Dort lag ich dann noch ein paar Wochen und wurde später mit einem Schiff zurück nach Italien gebracht. Na, meinte ich, dann haben sie ja richtig Glück gehabt. Er nickte, ja, aber so richtig Glück hatten wir, als die uns auf dem Mittelmeer abknipsen wollten. Erst kamen die Flugzeuge und warfen dicke Bomben auf uns. Ein Schiff im Konvoi ist dann auch gesunken. Ein paar Stunden später wurde ein anderes Schiff von einem Torpedo getroffen, brach in zwei Teile und sank. Wir hatten es dann doch noch bis zum Festland geschafft und ich war froh wieder an Land zu sein. 44 war ich dann wieder so weit zu gebrauchen, dass ich LKW fahren konnte und wurde hierher geschickt. Das linke Bein und die rechte Hand wollen nicht so richtig, aber wie ich sagte, zum LKW fahren reicht es allemal. Ich sagte dann nichts mehr. Die Männer, die wieder KV wurden, mussten eben auch in die Front. Meist nicht mehr mit der Waffe in der Hand, aber im Tross, da ist ja immer was zu tun. Wir brachten die beschädigten Fahrzeuge bis zur Panzerwerkstatt und die Männer dort legten gleich los, um so viele Schäden wie möglich zu beseitigen. Tage später begann die Offensive und wir verblieben drei Tage in Wartestellung. Die ersten Meldungen klangen nicht gut. Viele Fahrzeuge hatten mit dem Schlamm zu kämpfen und die Russen hatten sich an vielen Stellen gut eingegraben. Die musste man regelrecht aus den Löchern bomben, um überhaupt voranzukommen. Viele Packstellungen waren gut angelegt und kosteten die angreifenden Verbände viele Panzer und gute Besatzungen. Nur wir waren noch ohne Feindkontakt, aber das sollte sich sicherlich bald ändern. Rudolf hatte nun endlich auch einen Panzer übernommen und war ein Kommandant in meinem Zug. Das war mir nur recht, wusste ich ja, dass ich mich auf den Teufelskerl verlassen konnte. Die erste Zeit war er damit beschäftigt, die Besatzung zu testen, drillte die Abläufe im Panzer. Er wusste worauf es ankam, erklärte mir aber auch, dass sein Richtschütze und der Fahrer keine Neulinge wären. Das war schon mal die halbe Miete im Fahrzeug. Wenn er noch gut mit dem Mann an der Optik konnte, war alles geritzt. In der Bereitstellung verbrachten wir die Tage damit, Papierkram zu erledigen und die Verpflegung für die Truppen zu organisieren. Betriebsstoff und Munition hatte Vorrang, aber der Lanzer ohne was zu futtern, der kämpft einfach nicht. Dann bekamen wir unsere Angriffsräume zugewiesen. Wir sollten in Richtung des großen Sees mit unterstützen und leider wurden die Züge nicht gesammelt, sondern verzettelt eingesetzt. Das wollte der Kompaniechef verhindern, aber die höhere Führung sah es nun mal anders. Für uns war es nicht ganz so schlimm, die Versorgung musste aber ein Spagat hinlegen, um die einzelnen Truppenteile zu erreichen. Also waren wir mal wieder die Feuerwehr. Wir hatten schon Mitte März und die Offensive war eigentlich zum Stillstand gekommen. Der große Durchbruch war nicht gelungen, Budapest zu entsetzen war gescheitert. Wenn wir uns jetzt hier eingraben sind wir verloren. Der Russe zieht an uns vorbei und macht den Sack zu. Also langsam und hinhalten kämpfend zurück. Wir bleiben mit drei Panzern als Sicherung hier, denn wenn der Ivan vorfühlt, schießen wir einen der Angreifer zusammen und dann haben wir ein paar Stunden Ruhe, bevor die roten Vögel uns wieder einen Besuch abstatten. Wir werden dann zu einer Luftwaffenfelddivision gerufen, die eine Brücke bewacht, die gesprengt werden muss. Also sollen wir sichern, bis das Ding in die Luft fliegt. Die Meldungen sind nicht gut, die ungarische Armee wurde überrannt und der Sperrriegel des SS Panzerkorps wurde durchbrochen. Also bewegt sich jetzt alles mehr oder weniger im großen Rückwärtsgang. Wir stehen mit sechs Panzern an der Lichtung und ich habe drei Wagen vorziehen lassen, um das andere Ufer zu bestreichen, wenn nötig. Ich bin selber in einen Panther umgestiegen, da mir der Funk SPW durch Minentreffer ausgefallen ist. Geht aber auch so, ich habe mit einer guten Besatzung hier den Überblick. Mein Schreiber ist mit im Wagen und sitzt dem Ladeschützen im Nacken, um die Funksprüche mitzuschreiben. Panzer werden gemeldet und die Luftwaffendeute rennen wie die Hasen davon. Das Dorf auf der anderen Uferseite ist also jetzt von uns nicht mehr besetzt. Bis zur Brückensprengung brauchen die Pioniere noch 30 Minuten, das meldet mir ein Feldwebel der Pioniere. Ich gebe über Funk durch, die Männer sollen die Hütten da drüben in Brand schießen, da können wir dann leichter die Feindpanzer erkennen. Schon zwischen die ersten Salben auf das Dorf zu und die Dächer fangen Feuer. Ich lasse durchgeben, dass auf erkannte Ziele gefeuert werden kann, wenn es sich denn lohnt. Also Panzer ja, LKW nur bedingt. Ich schaue durch mein Glas und sehe jetzt Panzer im Ort auf der anderen Seite, knapp 800 Meter. T-34 und Josef Stalin Panzer, die haben uns gerade noch gefehlt. Aber meine Leute wissen wer der gefährliche Gegner ist und legen los. Die langen Rohre der Panther spucken ihre tödlichen Geschosse über den Fluss und nach kurzer Zeit ist dort drüben die Verwirrung groß. Schon ein Josef Stalin ist außer Gefecht und brennt. Ein weiterer T-34, der sehr ungestüm auf das Ufer zugefahren war, platzt in einem Feuerball auseinander. Nun schalten die Russen auf und feuern zurück. Die schießen auch die Häuser auf unserer Seite in Brand und nun stellen wir gute Ziele dar. Doof sind die eben nicht. Wir rochieren zwischen den Häusern, schießen, setzen zurück, schießen wieder. Ein Panther wird getroffen und brennt, die Besatzung ist noch ausgekommen. Noch zwei Josef Stalin werden vernichtet und ein T-34 vor der Brücke geht in Flammen auf. Dann kommt der Befehl zum Rückzug, gleich sprengen die Männer die Brücke. Wir rollen als letzte weg und ich kann noch erkennen wie ein T-34 mit Volldampf auf die Brücke zuhält. Na dann, der will es wohl wissen. Ich lasse an einer Hausecke halten, wo ich einen guten Blick auf die Brücke habe. Der T-34 ist schon fast drüber und ich denke mir, den müssen wir dann noch schnell abschießen. Ich hatte den Gedanken nicht zu Ende gedacht, da zerreißt eine riesen Explosion die Nacht und der Panzer wird in einer großen Explosionswolke seitlich von der Brücke geschleudert. Die Pfeiler verschwinden in einer großen dunklen Rauchwolke und nur das aufschäumende Wasser neben der Brücke zeugt von dem heldenhaften Versuch der roten Panzermänner noch schnell über die Brücke zu kommen. Das war keine so gute Idee, aber wir sind hier soweit fertig. Wir rücken ab und die Luftwaffenmänner kommen zaghaft hervor um sich die Bescherung anzuschauen. Ich kann es den Männern nicht verdenken, sonst haben die auf dem Flugfeld die Maschinen versorgt. Nun sind keine mehr da und ab geht es an die Ostfront. Die machen vieles nicht mit und haben einfach die Hose voll. Das kann ja so nichts werden, Kampfkraft eher gegen Null. Wir ziehen uns immer weiter zurück und versuchen hier und da Widerstand zu leisten. Aber die Ausfälle mehren sich und der Russe scheint unerschöpfliche Vorräte an Menschen und Material zu haben. Man hat das Gefühl wir schießen einen Panzer ab und dann stehen da gleich drei neue T-34 und werden von noch mehr Artillerie Abteilungen unterstützt. Die Trosseinheiten sind schon mit Sack und Pack zurückgegangen. Wir sind über unsere alten Bereitstellungen hinweg und marschieren Richtung Westen. Neue Auffangstellungen werden angelegt und Panzerabwehrgeschütze werden in guten Positionen in die Verteidigung eingebaut. Aber ob die wirklich die Flut von Rotarmisten aufhalten können ist die große Frage. Weg kommen die dann nicht mehr. Steuere Verteidigung kann man in diesem Bereich vergessen. Wir machen einen technischen Halt. Ein Oberleutnant der Panzerabwehr kommt zu uns und fragt nach, ob wir hier hinter der HKL bleiben, falls es eng wird. Ich verneine das und erkläre, dass wir noch weiter zurück müssen. Sage aber noch, dass ich sicher bin, dass hier und da noch ein paar Panzer zurück bleiben werden, falls der Russe zu stark drückt. Wir werden das aber nicht sein. Einige Packs sind in Erdstellungen eingebaut und ich denke das wird hier schon klappen. Ein dünner Infanterieschleier ist auch vor Ort und es sollte doch mit dem Teufel zu gehen, wenn sich der Russe hier nicht tot rennen würde. Aber auch das Wetter macht mir Sorge. Wenn es aufklart, dann wird es schmutzig. Mit hängendem Kopf schleicht der Oberleutnant davon. Ich denke er weiß was Sache ist. Ein paar Sturmgeschütze rollen auf uns zu und die gut gelaunten Stuckmänner halten bei unserer Gruppe. Ich schnappe mir einen Unteroffizier und frage mal nach, was denn los sei. Es stellt sich heraus, dass sie gerade erst ihre neuen Geschütze bekommen haben und vorher zwei Wochen in Österreich herum saßen und sich gelangweilt haben. Nun wollen sie ran und den Ivan verjagen. Na dann, denke ich mir, hier wird es sicherlich nicht langweilig. Wir verabschieden uns und rollen an. Kaum sind wir ein paar Kilometer weg, da schießt sich die Ari auf die HKL ein. Da sind wir gerade noch rechtzeitig weggekommen, denke ich so bei mir. Nach zwei Stunden machen wir wieder Rast, noch zehn Kilometer, dann sollen wir im Auffangraum der Abteilung sein. Aber das war dann auch nichts. Als wir ankommen, sollen wir noch weiter zurück. Die Meldung reißt nicht ab. Ganze Divisionen werden eingekesselt und aufgerieben. Irgendwo muss es doch eine Auffanglinie geben, an der wir den Russen aufhalten können. Nochmal werden wir mit Betriebsstoff versorgt. Bei dem Zug bleiben noch vier Panther und der Rest wird anderweitig wegbefohlen. Wir stehen zusammen und überlegen wie das noch werden soll. Laut Befehl sollen wir nach Nordosten marschieren und dort die Infanterie unterstützen. Dort drohen weitere Panzerangriffe und möglicherweise sind die Linien dort auch schon durchbrochen. Aber wir müssen ran, 15 Kilometer in die Richtung und wir können schon die Artillerie hören. Sicherlich die von den Russen und auf der Hauptstraße kommen uns schon Sandcars entgegen und viele Verwundete auf Behelfsfahrzeugen verschwinden Richtung Westen. Als wir durch einen Wald kommen hören wir die Abschüsse einer 8-8 die wohl im Feuerkampf steht. Wir rollen an den Ort heran und was davon noch übrig ist scheint hartnäckig verteidigt zu werden. Unzählige Wracks liegen vor dem Ort und die Packleute scheinen schwer auf Draht zu sein. Ich lasse die Panzer sich gute Positionen suchen und gehe zum Geschützführer der unserem nächsten stehenden Kanone. Dann fällt wieder besetzt zur Meldung an. Ich winke ab und lasse mir zwischen den Abschüssen die Lage melden. Er erklärt mir, dass der Russe hier schon dreimal angerannt ist und immer wieder eins auf die Nase bekommen hat. Acht Panzer hat dieses Geschütz in den letzten zwei Stunden geknackt. Auch zwei Stalinpanzer waren dabei. Das andere Geschütz hat vier geschafft. Wo der Offizier der Batterie wäre frage ich dann. Den hat es beim Ari Angriff heute früh zerrissen. Ich bin jetzt der Batteriechef aber wir haben nur noch die zwei Geschütze. Der Rest ist im Eimer und Munition haben wir noch 100 Schuss, dann müssen wir mit Stein werfen. Wieder knallt die Kanone und ich verfolge das Geschoss. Es ist mir nicht möglich aber ich sehe dann den Einschlag in einem Panzerturm der gleich nach hinten gerissen wird. Wir schauen auf die Karte und ich zeige ihm wo wir in Stellung gehen. Wenn die Geschütze bei 20 Schuss sind sollen die einpacken und wir machen die Nachhut. Der Feldwebel freut sich und ich hole meine Kommandanten zusammen. Der Kampflärm erbt ab und ich stehe mit Rudolf und der Kater am Kampfwagen. Oha Peter das wird eng hier kommen wir ganz schlecht weg sagt Rudolf. Ich nicke dann nur und bitte Rudolf die Männer herüber zu rufen. Er dreht sich um und ruft. So Männer alle mal herhören. Himmelfahrtskommando. Flügel gibt es links. Die Harfe kriegt man rechts. Ich muss wieder grinsen aber Galgenhumor ist eben manchmal nötig. Also noch weitere ... achts wäre ein Testwilliger. Ich werde euch! Wenn die Nachricht... Untertitelung des ZDF, 2020